immer mal wieder Partie genierten Schuhe die Besucher haben auf vier Besucher und die sind nicht zufrieden aus dem Motiv zu 8 Kasse kassieren wie bringt er das in 800 und nur ich muss ein wirklich und den Preis verkleinern kommen nicht besuchen ein dritt ein paar hundert Dollar das kostet ne ich bin ich bin ich auf sich abgestimmt st das gibt die PS und steh ich mir hier wieder mal auf 8 an zu 50 Punkte für dennoch Schraubmüde wir sind so und 50 geht nicht zu ganz voran Karte zack 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 die die Grenze uns aufgebeledigt wurde der Gewinn holle Gewinn bei fünf Punkten ab 1 und IP erhalten unbewusst wie viel findet so der Erntlern durch die Ab- und Anweserchen und ich bin Level 4 hoch die Tassen vor dem Ende Karten steht er bis zum Schock zufüge ich kann zum VW zugegen ich kann das Gros Grasgehege groß nutzen eine leckere Tränke Grasland eine Metallkonzern klein grün Ziergras und ein Bankholz Lene seit Renn bekommen ich 5.000 2.000 so toll auf den Levelaufstieg und Karten für groß so es verschönt nur aufgabe und so hier auch drei Tränken für Graslandgehege müssen wir gleich mal schauen drei Tränken für Graslandgehege dann schauen wir gleich aber zuerst die Erwahrungspunkte brauchen bis zum nächsten Level noch knapp 4.000 und wieder auf die Pflege zentiert werden und noch mal bitte zitiert was ich da eigentlich die aufgaben soll man hat mir auch mal interessiert unbewusst erfüllte Tausende aufgaben was ist hier ist Prozent 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 und die alte Omi die da geht hallo und da haben auch noch was und damit war es das werden wir abgehendet das haben wir aufgaben vorgesehen braucht man will sich Besucher schon mal vor Ort und die Nachricht und wird hier brauchen was so was ist für die Zauberung also Bauer das hat er ist ja die Aufgabe Bauer 3 Tränken im Grasland wo wir sind nicht weil sich nicht die Kürt komme ich hier aus das ist ist im Block Nürnberg immer und werden wir mal hier rein in den Schocken da müsste irgendwo Trinkestand sein was es sich brauchen jetzt zu 5 tausend umfassbar Tietor Felsen Wald Wasser Tränkenstand das ist es in Türen Obstler Tränke Grafland und um eine gute 1.000 Kürst und wie komme ich dann in der 1.000 muss drei Bauteil kommen ich aus Belohnung ich treu aus und so los aber nur 2.000 Kredit Richtigste nun gut dann stellen die Masse für könnte ich das verkaufen ist nämlich zu ziehen neunrund und schlechte Lebenskopf als stimmt also es ist 1 für den Affen 1 für die Schafe und 1 für die Hasen der anderen müssen bei der Vertrösten nicht quatschen wir kommen sogar 1.000 2.8 und eine gute Prämer Baudrey erledigt 500 EP eine große auf das das und tausend zu Ok wenn wir das auch nächster Aufdruck kommt wahrscheinlich der m nächsten mit das so richtig wenn er weniger ich nicht verstanden habe auch die andere Tiere schon auch was so wahrscheinlich zu richtigen was er gegeben die können die kann jetzt nicht verdursten das sind was ist mit das nur sind das hier oder die Funktion zwischen den Morgene Sitzung bei der Organisation beizutreten musste die in das also so wenigstens für 15 dann sagt ich danke da soll ich ein Gefühl haben das sind noch ein bisschen meine meine ich hier die sehen habe Schau mal in den Schuppen und können was kein Züchter noch hier machen was kann ich kaufen so dass in die ganze Tiere schon mehr hier mal ein Läden ich stand an den Klammern auch das kostet aber alles zu viel aber das müsste eigentlich wieder einbringen der Kammer abkassieren das ist mit einem Mann an den Gaben ein Tausend Kostadar aber hier meine Kürze egal acht Besucher das sind neue Rekord ich bin das muss ich noch da unten ich glaube auch dann auch fertigstellen wenn jemand was braucht es nur zu Minuten bis zu fertig ist wenn das wird die Leute wahrscheinlich nicht mehr sehen müssen an den Kladen der fertig ist aber was er noch sieht ist wie ich Diamanten in zu holen tauschen Quatsch für die Hütten ist das zu bringen über den Mantel und diese tauschen einen wird zwar nun sie zu holen wir sind zu müssen ich gilt wir um ihn Spiegel werden zu tauschen aber nun gut jeder Bering ich will eigentlich noch mal in den Job gehen ich persönlich um hier ein bisschen zu gucken was kann ich noch zu tun hier wo es sich nicht schlecht ist der 6 ich glaube ich auch mal mit der Neudinger nichts nützen diesen Level nicht auf dem einen Metall Container den Container der das Wörter ist aber praktisch wenn man den hier einfach hier aufstehen könnte aber ist ja nicht möglich ich stehe mir hier auf die Regen im dritten an dass die Leute dann wie sieht trinken kaufen auch gleich wieder da rein schmutziert alles wieder das wollen wir natürlich nicht so der kleine der sieht schon verdächtig aus kauft jetzt hier was wenn ich ein bisschen ranzochen oder sie das wird gekauft und in Zusammenfassung sie dir jedenfalls ganz wichtig aus Level 4 was geht eigentlich voran sieben da umdrehen wir guck mal ob wir beim nächsten Mal mal da aufsteigen ich weiß es nicht aber ihr fährt wenn auch das nicht ein Stück bis zum nächsten Mal noch einen wunschönen